Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute gibt es ganz kurz eine Einführung zu IPv6. Wirklich nur ganz kurz, wir werden auf die einzelnen Fähigkeiten oder Features sozusagen von IPv6 eingehen, wenn ihr Bock drauf habt, aber dann wahrscheinlich relativ gegen Ende der Serie, weil man das auch nicht so dringend braucht. Wie gesagt, heutzutage funktioniert eh das meiste noch über IPv4, deswegen ist es nicht ganz so wichtig. Je nachdem wann ihr das Video guckt, in 5 Jahren oder sowas, kann sich da vielleicht mal was geändert haben. Gut, IPv6, jetzt wie schreibt man so eine IPv6 Adresse? Naja, wir haben mehrere Möglichkeiten dazu, aber wahrscheinlich ist die gängigste oder ja eigentlich die beste Schreibweise. Und zwar hexadezimal, wir haben insgesamt 128 Bit bei IPv6, ihr erinnert euch, bei IPv4 waren es gerade mal 32. Bei 32 kann man noch so eine Schreibweise machen, bei 128 wird die Schreibweise schon etwas unübersichtlich und man hat sich für eine hexadezimale Schreibweise entschieden. Was bedeutet hexadezimal? Naja, wir haben erstmal Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann geht es weiter mit 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Upsala, nur ein F. Das heißt, wir haben insgesamt Darstellung von 0 bis F. Also F steht für 15 und das repräsentiert ungefähr natürlich dann, jeder Buchstabe repräsentiert 4 Bit. Also F kann ja maximal 15 darstellen, was mit der 0 zusammen, 0 bis 15, jedes dieser Zeichen kann dargestellt werden, 16 Zeichen sind und 16 Zeichen kann ich genau mit 4 Bit darstellen. Gut, das heißt, ich brauche jetzt nur noch durch 4 Teilen und schon wisst ihr, wie viele man hier darstellen kann. Und zwar machen wir einfach mal ein Beispiel. Die IPv6 Adresse von Facebook, die ist ziemlich cool. Zumindest war sie früher mal ziemlich cool, wie sie heutzutage ist, weiß ich gar nicht. Aber ich meinte, die haben sie behalten. Und zwar fangen wir an mit 2620, Doppelpunkt. Doppelpunkt separiert das Ganze. Also hier stehen jetzt jeweils 4 Bit. Also es ist nicht 2620, sondern das ist eigentlich sogar viel, viel mehr. Das hier ist eine Zahl von 0 bis 15. Das ist eine Zahl von 0 bis 15 und so weiter. Und jetzt schreibt man Doppelpunkt für den nächsten 4er Block. Dann schreiben wir einfach Doppelpunkt 0, dafür, dass wir 4 mal die 0 haben. Dann Doppelpunkt 1 C F E. Man schreibt die Buchstaben manchmal auch klein. Kann man machen, wie man möchte. Und jetzt wird es interessant, Face kann man ja alles darstellen mit F bis, also mit Zahlen oder mit Buchstaben von A bis F. Face und Book mit C geschrieben und mit 0 angeschrieben. Fand ich eine ziemlich coole Variante. Dann schreibt man Doppelpunkt, Doppelpunkt und dann 3. Dieses Doppelpunkt, Doppelpunkt hier ist im Prinzip auch wieder eine 0. Das heißt, da steht einfach 0 drin. Und hier wird einfach auch wieder mit 0 aufgefüllt. Also im Prinzip ist das Ganze so zu lesen. So, genau. Das ist die IPv6 Adresse von Facebook. Ich fand das nur irgendwie ein relativ amüsantes Beispiel, deswegen habe ich mir die rausgepickt. Genau. Was kann jetzt IPv6 noch mehr? Ich hatte ja gesagt, da gibt es Sicherheitsfeatures. Ja, gibt es. Aber sie haben auch ein bisschen was weggelassen. Und zwar, es gibt keine Checksumme mehr. Keine Checksumme mehr für den Header. Warum? Naja, TCP oben drüber, also das Transportprotokoll schlechthin, das benutzt die Checksumme sowieso über den ganzen Daten. Und ja, deswegen hat man sich bei IPv6 gedacht, spare ich mir die Leistung, brauche ich nie mehr machen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Aber seither ist UDP, das zweite Protokoll der Schicht 4, um das es jetzt dann auch noch demnächst gehen wird, leider auch gezwungen dazu, die Checksumme auch zu berechnen. Hat UDP vorher nicht gemacht, weil UDP unzuverlässig ist und TCP ist zuverlässig. TCP hat es eh gemacht, UDP nicht. Jetzt muss UDP auch ran, die war wie gesagt früher freiwillig. Aber jetzt haben wir eben UDP auch dazu gezwungen durch IPv6, weil eben IPv6 das Ganze nicht mehr macht. Okay, außerdem ist der Kopf von IPv6 mittlerweile standardisiert. Das heißt, er hat eine feste Länge, er ist immer genau gleich lang, dadurch spart man sich auch wieder das Feld mit der Kopflänge. Was ich euch bei IPv6, äh V4 schon gezeigt hatte, wo ist es denn? Hier hatte man auch die, äh, die Kopflänge angeben müssen. Und, äh, die spart man sich jetzt auch bei IPv6, weil wir uns eben gesagt haben, ey, der Kopf ist eine feste Länge. Und, ähm, genau, die Optionen kommen dann irgendwie danach. Dann hat man sich auch noch gesagt, wir fragmentieren nicht mehr kleiner. Das heißt, eine IP-Dateneinheit, IPv4, wo ist es denn jetzt, habe ich so weit oben schon, ja, hier ist es. Ähm, wir hatten hier das Problem, dass IPv4-Dateneinheiten fragmentiert werden konnten, wenn sie zum Beispiel irgendwie zu groß waren, also von den Daten her, weil Ethernet zu klein, äh, nur relativ kleine Dateneinheiten verkraftet hatte und so weiter und so fort. Ähm, man hat sich gesagt, IP darf die Dateneinheiten fragmentieren und dazu brauchte man diese 32-Bit hier mit, ähm, was kommt noch und so weiter. Ich habe euch das ja alles schon erklärt. IPv6 hat das nicht mehr, das darf es gar nicht mehr geben. IPv6 sagt, wenn es eine Dateneinheit gibt, dann darf die nicht mehr fragmentiert werden. Die darf nur von den Endgeräten, die die Dateneinheit am Anfang erstellen, darf die fragmentiert werden, ansonsten nicht mehr. Hat auch seine Vorteile, spart natürlich Leistung. Ähm, allerdings braucht es natürlich dann auch ein bisschen mehr und zwar jeder einzelne Link, das heißt jede physikalische Verbindung auch, ähm, oder Schicht 2 Verbindung, ähm, muss mehr als, äh, 1280 Bytes pro Leitung als minimale Einheit können. Das heißt, wir brauchen auch sozusagen größere Dateneinheiten, ähm, aber ja, wir sparen uns dadurch richtig viel Aufwand und richtig viel, äh, Übertragungsleistung sozusagen, weil wir eben weniger heller übertragen müssen. Wie gesagt, so eine Adresse hier, wir brauchen ja zwei davon, einmal eine Zieladresse und eine Quelladresse, die haben jeweils 128 Bit. Und 128 Bit, da überlegt man sich zweimal, ob man jetzt da 5 Dateneinheiten von schickt oder eben nur eine, weil 128 Bit 5 mal schicken, ist halt schon, doch ordentlich, also ich meine, Kilobyte mehr Daten am Ende dann irgendwann, ist nicht so geil. Vor allem, wenn wir das jedes Mal machen. Gut, ich hatte auch gesagt, es gibt Sicherheitsfeatures und ja, die gibt's, ähm, und zwar im Header, ich werde euch jetzt hier allerdings nicht den kompletten Header aufzeigen, ähm, wir haben im Header Authentication, also Authentifikationsoptionen, die ein bisschen kryptografisch sind, wir haben die Möglichkeit, einen Security Payload anzugeben. Das ist ähnlich wie bei IPsec und ich werde euch, oder im Prinzip ist es genau gleich wie bei IPsec, ähm, aber ich werde euch das dann zeigen, wenn es um IPsec geht, also auch um Netzsicherheit dann noch ein bisschen, aber das werden wir erst am Ende, wie gesagt, dieser Reihe machen oder gegen Ende dieser Reihe machen. Ihr könnt natürlich auch immer noch sagen, wenn euch was fehlt, ähm, ja, wir haben auch Secure Neighbor Discovery, nennt sich auch SEND, ähm, das verhindert ARP Spooving, wobei, was das ist, werden wir auch vielleicht noch drauf eingehen. Ich weiß, heute gibt's so ein kleines bisschen, ähm, Vorgeschmack, was wir noch alles machen können, aber was vielleicht interessanter ist, ähm, und zwar, es gibt, es gab ja bei IPv4 sogenannte Broadcast-Adressen, nehme ich einfach 255.255.255.255.255, ups, wenn ich das genommen hab, dann hab ich einfach an alle eine Dateneinheit geschickt. Das gibt's bei IPv6 nicht mehr, dafür gibt's Unicast, also die Unterscheidung Unicast ist einfach eine, an eine IPv6-Adresse, sprich zum Beispiel an Facebook, schicke ich eine Anfrage, das wäre dann ein Unicast, sprich an ein Ziel, Dann gibt's Anycast, äh, dabei geben wir eine Menge aus IPv6-Adressen an, also zum Beispiel, wenn ich hier hinten dran wieder mal unseren, ähm, unsere Maske setze, zum Beispiel die nächsten 16-Bit sind mir egal, ähm, dann wäre natürlich hier, äh, wäre relativ viel egal, Also, sowas in der Art, im Prinzip sind ja dann nur die ersten 16-Bit für uns relevant geworden, und, ähm, das bedeutet, wir schicken an eine IP-Adresse aus dieser Menge, deswegen Anycast, wir geben eine Menge aus IPv6-Adressen an, und an irgendeine davon wird ausgeliefert. Warum haben wir so ein Feature? Das ist, das klingt ja erstmal total bescheuert. Naja, ist es nicht, weil wir haben die Möglichkeit, dann alle YouTube-Server, sagen wir einfach mal YouTube, oder alle Facebook-Server, es gibt ja mehr als nur einen Facebook-Server, es gibt deutsche Facebook-Server, davon auch noch mehrere, damit sie möglichst nah bei euch dran stehen, YouTube genau dasselbe, also alle größeren Provider, äh, oder größeren Firmen, sag ich jetzt mal, haben mehrere Server rumstehen. Und wenn wir dann einen Anycast angeben, wir wollen einfach nur an irgendeinen dieser Server was schicken, dann nimmt es den günstigsten Pfad, und somit auch den schnellsten Server, äh, also den schnellsten Weg zum Server, und wir kriegen somit die schnellste Antwort, und es ist eigentlich egal, an wen aus dieser Menge ausgeliefert wird. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen, ähm, das ist dann ein Anycast, und wenn es einen Anycast gibt, gibt es auch einen Multicast, und dabei geben wir auch wieder eine Menge aus IPv6-Adressen an, wie beim Anycast auch, nur diesmal schicken wir nicht an einen aus dieser Menge, sondern an alle aus dieser Menge eine Nachricht. Das heißt, wir wollen wirklich tatsächlich an alle schicken, und damit kann man dann auch sowas wie, sowas ähnliches wie einen Broadcast realisieren, nämlich indem wir einfach alle IPv6-Adressen angeben, dann haben wir auch wieder einen Broadcast. Wenn man an alle IPv6-Adressen einen Multicast macht, naja, was bleibt denn übrig? Alle, und wir schicken an alle aus allen, also haben wir auch wieder einen Broadcast. Ähm, aber man ist natürlich auch hier noch ein bisschen flexibler, das heißt, man muss nicht, ähm, einen Broadcast angeben, sondern man kann einfach sagen, ich will nicht an alle alle schicken, sondern an Teil von, von, eben von allen IP-Adressen. Ja, äh, das sind so die grundlegenden Features von IPv6. Wenn ihr euch dafür noch mehr interessiert, lasst es mich wissen, dann machen wir das am Ende, wie gesagt, noch heute nur ganz kurze Einführung, und, ähm, ja, nächstes Mal geht es dann weiter mit irgendwas, ich weiß noch nicht genau was, mal gucken. Bis dann, ciao! Ciao!